Hahaha Als ob das so ein Megamonster ist und man verpasst das so ein Kick, Alter! Hallo liebe Freunde! Wir haben es endlich mal wieder geschafft zu Evil Within. Die Interessierten von euch werden sich natürlich daran erinnern, dass wir das letzte Mal vor dieser Tür standen, wo wir jetzt natürlich immer noch stehen. Ja, liebe Freunde und im Hintergrund laufen manchmal sieht man ihn. Dima ist gerade da hinten. Ich pope die mir in der Nase. Warte. Jetzt, jetzt. Ja! Ja! Nicht wundern, liebe Freunde, wenn dahinter... ...was los ist. Jetzt wird es wieder spannend, liebe Freunde. Die Musik hört mich auch, das heißt es geht noch weiter. Falls manche von euch übrigens verwirrt waren, dass die letzten Tage ein paar Ausfälle waren. Das lag daran, dass der Upload so extrem lang gedauert hat. Wie viel war das? Ja. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ne ist so ein... Was stand zum Teil beim Upload, wie lange das dauert? Tausend Minuten oder so? Ja, viel länger. Unfassbar. Deswegen... Ja. Aber jetzt sind wir wieder da, liebe Freunde. Das war nur lieber nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Hast du gesehen? Shit. Das war die. Liebe Freunde, dieses Blutmädchen scheint wieder weg zu sein. Ich wette, die kommt von oben gleich. Wir haben wenig... Wir haben wenig... Munition bringt ja sowieso nix. Wir brauchten ja Streichhölzer nur. Stimmt. Aber wir mussten ja danach auf die schießen. Nein! Wir mussten noch nie auf die schießen. Ich mach hier mal lauter. Das ist die Musik von der, glaube ich. Oder als generelle Boschmusik. Hat sie komponiert? Mit ihr nach dem Abend? Ja. Spielt so Geige, Trompete, Klavier, alles selber. Alles was ich habe, alles was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Weißt du, wer das ist, der die Sprachbänder da praktisch passiert hat? Nein, das war natürlich Rubik. Natürlich. Das ist die Stimme von diesem Doktor gewesen, meine ich. Nein, dieser Rubik war doch Arzt. Ja, ich meine aber den mit der Glatze. Nein. Oh, lieber Freund, nur einen Kontrollpunkt. Ja, wir können speichern. Das ist das Schönste der Welt. Ne, ist doch Kontrollpunkt, scheiß drauf. Guck doch mal, wie viele Punkte wir haben, Alter. Wo ist das hier? Hallo. Na da, unser Tagebuch. Warum liegen die hier überhaupt rum? Aber lesen, das wollen wir ja nicht. Guck mal, wir haben noch nicht eins von diesen Dingern jemals gelesen. Scheiß doch drauf. Das will keiner lesen. Wieso haben wir denn so viel Gehirnflüssig? Ja, speicher doch danach, was machst du denn? Von diesen Viechern, ja, damit wir jetzt schon speichern. Falls das Spiel abstürzt. Ja. Kann ja sein. Kann alles passieren, kleiner Wikes. Jetzt müssen wir uns gleich wieder hier drum körpen, was wir uns jetzt eigentlich hier upgraden lassen. So, auf jeden Fall. Sprinten kostet 10.000, ne? Zeig mal. 30.000 sind, Alter. Das ist aber das, das ist das Stärkste auf jeden Fall. 25.000. Weiß nicht. Wir könnten natürlich auch mal Waffen verstärken. Schrottflinte oder was? Magazinkapazität wäre natürlich sehr schön. Was ist das hier überhaupt? Spanngeschwindigkeit. Ne, das ist alles scheiße, wenn man das macht. Diese anderen Sachen sind besser. Diese Waffen sind halt geil, ne? Ne. Nein. Magazinkapazität. Wir haben eh nie volle Munition für das Ding. Ach, können wir mal lagern. Oh, yo. Sau die Verschwendung, was du grad machst. Ja, wir haben ja noch Punkt. Ja, wir hätten die sparen sollen und dann diese scheiß Sprinten kaufen. Was bringt uns der Kack da? Mann. Jetzt kannst du es auch für irgendeinen Müll ausgeben. Ja, ich hab ja gespeichert, aber kann ein Verfahren anfangen. Ne, jetzt mach's da. Tja. Die Waffen benutzen wir nie. Die hier? Ja. Und die? Hm, was nehmen wir denn noch? Schade. Jetzt ist sie mega stark. Ja, mega stark. Also so. Ja. Ich schieße hier den Kopf mit weg. Ohne geht's. Haus abgebrannt. Sieben Stunden spielen wir schon. Geht eigentlich, ne? So, jetzt geht es endlich mal ab. Ich hoffe mal, wir begegnen nicht der Spendenfrau. Deiner Freundin? Deiner Freundin? Deiner, deiner, deiner. So. Alles nachgeladen. Frostbos. Was ist das? Sieht man. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist die das? Ist die das? Ja. Die kann sich doch aber teleportieren. Wieso geht die nicht durch dieses Gitter? Die kommt da nicht durch. Gerade, aber... Wo ist die denn? Ich traue der Sache irgendwie nicht. Ja! Als ob das jetzt was bringt. Bitte nicht. Guck mal, was ist das für eine kranke Scheiße. Ja. Gibt es hier Munition oder sowas? Vor allem, hier sind ja nicht mal Leichen, die wir verbrannt haben. Was ich aber eigentlich ganz gut gemacht finde, die kann ja jetzt nicht zu einem, aber man weiß, die ist, die ist da gleich draußen. Man weiß das schon. Ja. Ist auch so. Man hat dann so vorher schon Schiss, bevor es überhaupt losgeht. Alter. Ja, geh halt runter. Wo ist denn das jetzt hier? Das geht auf jeden zu. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter. Oh je, wieso? Ja. Shit, oh, da liegt nur ein Mission. Müssen wir die freilassen? Ja, sonst kommen wir nicht weiter. Was ist das jetzt? Jo, die checkt gerade irgendwas. Ja, die geht nicht. Ja, jetzt, ja, als ob. Geh durch, nicht schießen, Alter. Nein. Geh, geh, geh. Bitte. Ja. Ja, nein. Oh nein. Junge. Nicht schießen, Mann. Die teleportiert sich nicht mehr. Lauf, 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 lauf. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Kannst du die Tür zumachen oder so? Was passiert? Ah. Was ist denn das jetzt? Oh Mann, Alter, die kommt richtig schnell. Geht die Tür auf. Hilfe. Ah, was ist hier? Jo, tot. Oh Junge. Nein, der opfert sich bestimmt. Der opfert sich. Wow, Alter. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Wie? Hä? Verpiss dich, Alter. Ja, als ob diese Tür was bringt. Vor allen Dingen, als ob die da jetzt nicht mehr die Tür aufmacht. Vielleicht ist das so ein Vampir und man muss die hier rein bitten oder so. Die hat Angst vor Holz, deswegen kann die die Tür nicht aufmachen. Oh mein Gott, Holz. War aber ja ein kurzer Auftritt von der Dame. Ach so, zurück. Auf jeden Fall. Feuerzeuge. Feuerzeuge. Ich werfe ein Feuerzeug auf die. Ach, letzte Folge habe ich irgendwas gesagt. Was war das? Feuerzeuge. Nein, nein. Du hast gesagt, ich werfe ein Feuerzeuge auf die Stadt Streichholz. Nein, ich meine letzte Folge. Die sind blind und. Ach so, die sind blind. Und hören uns nicht. Oh, die sind blind. Ich hoffe, die können uns nicht hören. Ja, genau. Also, hier ist wieder. Jetzt kommt die mit dem Fahrstuhl runter. Ah. Ich glaube, das können wir gleich gebrauchen. Ah, okay. Die kommt gleich und dann müssen, mach wieder aus. Hier ist Munition, warte, was. Kannst du den nicht wieder umlegen? Nee. Hä? Und jetzt? Ah, okay. Man muss die locker wieder kiten und dann da durchziehen. 200 Digger. Mag da noch irgendwas? Oh, nee. Hm. Kann man nicht durch. Toll. Warte, das geht, glaube ich, gleich aus. Geh mal da näher ran. Nee. Was muss man hier? Ah, da. Wo? Da, der Hebel. Warte. Du musst du anschließen. Ach so, anschließen. Ah. Wir haben blau und schlau gelöst. Oh, kann man das? Muss ich das dann wieder anschließen, quasi? Geh halt erst mal, dann checken wir das gleich, oder? Der Hebel ist ja kaputt. Toll. Ist ja kaputt gemacht, Wexler. Oh, nein. Ja, geh, renn geradeaus links. Ich kann nicht. Ich kann gar nicht. Wie, warum? Oh, ich kacke mir in die Hose jetzt, Alter. Irgendwas müssen wir mit dem Feuer hier machen. Da hinten ist ein Hebel. Wo, 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 wo? Da, da, da. Ja, 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 ja. Schnell, leg um, leg um, leg um, leg um. Hä, wo ist die? Sie ist nicht da, sie ist nicht da. Hä? Hä? Ah, Alter. Hä? Oh! Ich glaube, schießen ist nicht gut. Nee, nee, ich schieße nicht. Aber das muss ich machen. Hier ist so ein... Hä? Hier sind... Ah, shit. Ich check auch nichts gerade. Oh! Rennen wir halt raus wieder, oder? Ich kann nicht raus. Wie? Ja, jetzt komm her. Warte, die geht weg. Die geht gerade weg. Pass auf. Doch nicht. Hä? Guck mal, da drüber ist Feuer. Da schießt das an. Ah, Alter. Wo ist die? Hä? Da, von da. Auf der anderen Seite. Andere Seite. Warte, warte. Alter, ich scheiß mir ein. Da, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt komm doch her. Du Nuddi. Ja? Ja? Feuerdusche. Hä, wo ist die denn? Hallo? Du Fotter, Alter. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Nein, nein, noch nicht, noch nicht. Und? Jetzt schieß einfach. Ja, nice. Schieß drauf, schieß drauf. Kleine Feuerdusche. Oh! Und jetzt? Guck mal, ob wir rechts lang? Können wir rechts lang? Warte, warte, warte. Wow, Alter. Oh, shit. Wir schocken gerade. Oh, hier, 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 hier. Kann man gerade, kann man weiter? Da, wo die Feuerwand... Mann, der Hebel ist abgeschossen. Ja, man kann weiter. Geh hoch, geh hoch. Bitte, bitte, bitte. Ja, die kann ja keine Leiter hochgehen, oder doch? Die Spider-Man, Mann. Die kann alles. Oh, oh, hier ist wieder so ein Ding. Pass auf. Oh, perfekt. Hä? Oh, oh nein. Die ist hier hochgekommen. Gibt's denn Feuerdusche wieder? Ja, 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 ja. Perfekt. Guck, ob da ein Hebel ist. Ja, perfekt. Oh, die rennt gerade vor. Boah. Als ob du da immer wieder ins Bein schießt. Lauf weg, Alter. Da ist noch so ein Ding. Ah, jetzt sind wir im Kreis gelaufen gerade einmal. Du hast das schon abgeschossen vorhin. Nein. Du hast das, oh mein Gott. Was hast du getan? Ich hab uns geopfert. Tot. Warte, ich renne kurz wieder im Kreis. Oh, Junge. Alter, du bist so richtig schnell. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was machen wir? Wir brauchen einen Plan. Renn dich so dumm. Ah. Ich glaube, du kannst da unendlich oft aber gegenschießen. Alter, du. Oh, 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 oh. Ich glaube, du kannst die Feuerduschen unendlich oft nehmen. Ich glaube doch. Du hast gerade gegengeschossen. Das hat ja auch funktioniert. Hallo, hau ab, Alter. Wo war die Feuerdusche? Ja, ist weg. Ich check nix hier gerade, wo du gerade lang rennst. Boah. Hä? Kannst du da unter durch? Hä? Hallo? Wieso rennst du denn ins Feuer, Alter? Ich bin da nicht drin. Alter, was geht? Ich komme hier nicht raus. Was machst du, Alter? Nimm mal erstmal ein Ding, Spritze. Hä? Alter, ich komme hier nicht weg. Ja, aber da kommt auch gleich Feuer raus. Warte mal kurz. Hä? Unter durch kannst du nicht, ne? Nee. Oh! Ah, mega tot. Komplett Opfer. Wie hat das jetzt mit diesem Ofen hier funktioniert? Renn mal durch. Ich glaube, die muss nämlich mit rein. Oh, scheiße, Mann. Was, was sollen wir hier jetzt tun? Da oben. Oh, pass auf, pass auf. Vielleicht geht es wieder auf. Steht da jetzt locker. Weg. Hä? Kontrollpunkt? Ist schon mal gut. Kann man Munition sammeln? Alter, diese Musik, ne? Jo, wie kommt denn die da hin? Shit, Alter. Mach gleich wieder Ansturm. Da hinten, guck. Jetzt, 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 jetzt. Da oben ist der Jens. Feuer. Fire. Hä? Wo rennst du hin? Ist da oben auch Feuer? Nee. Die willst du denn nennen, die da hinbekommen? Ja, frage ich mich auch gerade. Vor allem, was passiert, wenn ich das... Ey, du bist so behindert, Alter. Wo kommt denn das Feuer raus? Oh! Ey, was sollen wir denn machen? Wo kommt das Feuer denn raus? Ich check nix. Keine Ahnung. Da oben... Nee. Ich check's nicht. Du musst, geh mal durch. Raus aus diesem Kackraum hier gleich. Warte mal. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe. Was? Ich check nix. Mann. Wo ist die? Wo ist die? Hinter uns. Wo ist die hin? Oh, da, da, da. Oh! Wo kommt denn das raus, das Feuer? Warte. Das ist nur zum Stoppen, damit wir da gleich... Oh! Alter! Damit wir da gleich durch können. Ach so! Ey, verschwinde. Oh, die Bombe. Oh nein, oh nein, oh nein! Nein! Aber das war Ding doch. Wir waren noch beim Kontrollpunkt, oder? Ja, sind wir zu Hause. Ja. Okay, dann können wir ja mehr riskieren eigentlich. Ja, ja. Wir rushen einfach durch jetzt. Brrinde! Brrinde! Oh, Mann, ey. Immer dasselbe mit der... Immer dasselbe mit der Frau. Ist da noch eins? Warte mal. Guck, die eine Seite ist jetzt... Ah, nee, doch nicht. Geh mal rein in diesen Raum. Was ist hier denn? Jo, Sackgasse, tot. Sackgasse, tot, Sackgasse, tot! Ja! Lauf! Ja, genau! Lauf, Alter! Ey, du... Was müssen wir hier denn tun? Ich weiß es nicht. Ist hier noch irgendwas? Beratlos. Kann man hinter diesen Säulen lang oder so? Ist da noch was? Ja, warte. Mach mal gleich. Boah! Oh, die teleportiert sich, Ulle! Oh! Mann, was ist in diesem Raum denn noch? Ich weiß es nicht. Was müssen wir hier denn machen? Ah! Was denn? Konntest du grad da was anzünden? Ja, konnte ich. Guck, da sind Leichen da hinten. Leichen. Einer dieser Leichen. Komm jetzt! Oh, oh, die kommt aus der Leiche raus jetzt. Oh, oh mein Gott, komm, renn bitte durch. Ja! Jo, ist nichts passiert. Jetzt, 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 jetzt! Jo, schon widerlich! Ja, was... Ah, nein! Boah! Okay. Jo, wir haben aber jetzt zwei Leichen schon verschwendet. Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Vielleicht kann man sie jetzt trotzdem anschießen. Zu 100% nicht. Nein, nein, nein! Jo, wir können es nicht mehr schaffen, weil wir diese Leichen schon verbraucht haben, Mann. Warte kurz. Nein, das bringt nichts. Zu 100% nicht. Nein, zu 100% nicht. Hä? Hä, wieso? Jetzt ging das wieder nicht. Ich hab aber keine Monition mehr, toll. Schrottflinte, oder was? Ein Frostklinikabolzen, komm her. 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 Doch, ich hab sie getroffen, aber... Aber das bringt nichts. Kann man die blenden? Super, ich hab keine Munition mehr. Mann, wir haben... Du kannst in die reinrennen. Und dann? Ja, wir müssen es nochmal machen. Ich schlag die jetzt mal. Nein! Ja, genau, schlag die mit Nahkampf. Hahaha. 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 Als ob das so ein Megamonster ist. Und man verpasst das so ein Kick, Alter. Komm her. So ein achtarmiges Monster, aber jeder schlägt die zusammen. Hä? Hä? Die schwächelt. Ja, komm her. Haben wir keinen Schuss mit irgendwas? Jo! Ey, wenn wir das so schaffen... Doch. Ich kann die kaputt treten. Hahaha. Komm jetzt! So ein Käfer, Alter. Jo, die schwächelt, verpasst ihr noch einen. Ja, ja, warte. Komm her! Kaputt treten, Alter. Jetzt, warte, sie kommt. Jo, jetzt, haut auf! Jo, in die Fresse gekickt, Alter. Das kann so nicht klappen. Doch, doch, das klappt. Ich schwör's dir. Als ob man da hingeht. Ja, die hat ja nur zwei Arme mehr. So viel hat die gar nicht mehr, ne? Ist fast ein normaler Mensch. Ja, verpiss dich. Komm jetzt! Ja, nach diesem Ansturm müssen wir da in meine Fresse kicken. Hä? Hm. Schwächelt auf jeden Fall schon. Jetzt. Ja, 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 ja. Das klappt nicht. Ey, doch, das klappt. Ja, da müssen wir sie aber schneller treten. Wir können ja nicht einen Tritt pro Minute machen hier. Ja! Oh, shit! Alter, ist das witzig, ey! Wenn das so ein Monster wäre, als ob man da hinrennt und dann mit diesem Gewehr draufhaut. Ja, jetzt renn rein. Renn einfach rein. Wir müssen's sehen. Da ist es. Da ist es! Hä? Du bist in diese Flamme reingerannt, Alter! Alter! Woah! Woah! Ich hab's aber gesehen. Ja. Was ist jetzt? Ja! Ja! Wir haben's gecheckt. Hä? Und jetzt? Hä? Wieso ist der... Der ist aus. Nein! Woah! Wo ist die? Tot. Sind wieder tot. Die ist da ja. Die Bombe. Oh mein... Oh! Nein! Lauf! Alter! Das ist ja viel zu schwer! Was soll ich denn hier tun? Die muss einmal... Ich kann auch von hier... Oh! Was kannst du? Jo! Jetzt mach! Jetzt mach! Ja! Ja! Nein! Die ist da ja wieder! Nein! Wir sind noch nicht... Hä? Was? Die stand doch in uns drin! Ja! Was ist denn jetzt passiert? So ein... Hä? Pass auf! Hä? Ich kann nicht... Die muss da durch! Ja! Ja! Hätte jetzt kein Feuer gefangen! Ja! Genau! Nein! Wir können nicht nochmal da durch! Das schaffen wir nicht! Was machen wir? Wie geht's weiter? Was machen wir? Wart nach! Wart nach! Wart nach! Kannst du... Kannst du links jetzt? Warte! 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 Hier geht's lang, Alter! Ja! Alter! Ja! Es geht hier lang! Lauf! Bitte! Da ist der Fachstuhl! Ja! Boah, Alter! Lauf! Geh rein! Geh rein! Du Penner! Ja! Was? Genau! Was ist los? Hä? Drück drauf! Los! 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 Komm mit! Was? Die sollen die Arme von der abhacken, Alter! Ja! Geil! Die Haare! Wie sie sagt, Haare, Alter! Die scheiß Hände! Leben bestimmt! Wir haben's geschafft! Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nervlich am Ende! Echt auch! Ich kann nicht mehr! Jetzt geht's weiter! Ja, geh jetzt, Alter! Ja! Der wurde ganz so zu Tode gewirkt! Was geht? Ruben! Ich weiß, wer du bist! Sebastian! Ich weiß, wonach du dich sehnst! Was du fürchtest! Wirst du leben können! Mit dem, was ich dich tun lassen werde! Joseph konnte es nicht! Dass sie dich mit reingezogen haben! Wie auch immer! Du gehörst mir! Und ich werde dich benutzen! Und ich werde dich benutzen! Es geht in deinem Leben! Sehr ruhig! Rufig! Rufig! Kapitel vorbei! Hey! 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 Shit! Ich werde dich! Hey! 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 Gott sei Dank, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Oh nein. Ja. Was ist das denn? Das ist es. Der Seil. Doktor, weg. Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Jo. Hat man ja schon wieder verloren. Ist der tot jetzt? Nee. Der Ding. Achso, der Doktor schon. Ja. Mmh, lecker. So, liebe Freunde, hier ist gleich ein Speicherpunkt. Da werden wir fleißig speichern gehen. Und wir hoffen euch hat diese anstrengende Folge gefallen. Liebe Freunde, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns morgen wieder auf TV oder... Was haben wir für einen Tag? Morgen. Let's draw. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.